Moin Moin Graduiano und jetzt willkommen zurück zu Song of Horror Episode 5 und wir haben ein sehr interessantes Rätsel hier vor uns, wir haben hier ein Rohrsystem und ich habe gerade mal die letzten 5 Minuten hier einfach irgendwelche Ventile gedreht und bin beim Westflügel irgendwie angekommen, dass der Dampf da ist und ich hoffe mal sehr, also ich habe hauptsächlich die gedreht, also das Rohr hier gedreht das Rohr gedreht, das Rohr gedreht, alles irgendwie zigmal weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass der Dampf, der da oben bei dem ersten Mal irgendwie mal auf das zweite überspringt, aber im Endeffekt ist es jetzt hier fast beim Direktor gelandet und Okay, ich habe es irgendwie gelöst, aber ich weiß nicht wie Hört sich jetzt komisch an, aber das war jetzt einfach bloß einfach bloß dummes Rumprobieren Okay, Raum des Direktors, wo war denn der nochmal? Dr. Prestige, Direktor, ach da unten war das sogar, das ist sogar gleich hier Der Director Also ich hoffe, es stört euch jetzt nicht, dass wir hier nicht jetzt 20 Minuten mit dem Rätsel verbracht haben Es ist jetzt echt nicht viel Zeit seit der letzten Aufnahme vergangen, ich habe da wirklich bloß rumgeklickt Große Manko, muss ich sagen, bei Song of Horror Geschichte ist ganz cool, ein bisschen sehr kryptisch Ah, Aufnahme 3, jetzt haben wir den dritten Zylinder, cool Aha Oh, weißt du, dass das der letzte ist? Fragen über Fragen Ein großes Manko, tatsächlich die Rätsel, die sind unnötig kompliziert, unnötig schwer, unnötig unlogisch Das hätte man deutlich besser machen können Das hätte man deutlich besser machen können So, dann Können wir jetzt Uns den allerletzten Traum anhören Von der Ärztin 1920 Dieses Ort Das Ding, die Presence Das ist, was Argos Legrand nennt, diesen Horror Jetzt weiß ich, warum Es ist irgendwo, wo die Song ist Im Krankenhaus In Ariadne In mir Everywhere Vielleicht gibt es keine Lösung Vielleicht ist es nicht etwas, das man einfach enden kann Aber vielleicht Cut es aus von alles Von... Von diesem Welt Burn die Brücke Return die Song, wo es kam Wenn ich die Box zu diesem Ort Wenn ich die Box zu diesem Ort Wenn ich es dort mit der Presence Ich muss nachdenken Ein bisschen länger Ich muss nachdenken 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 Da 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 Ah Genau Ob das die Lösung ist Adrian Der dritte Traum Wo zum Teufel sind wir denn jetzt Ok Ariadne, brauchst du meine Hilfe oder ich brauchst du? Ich muss da runter, na denn mal los. Tiefer, immer tiefer. Doch was, meine Freunde, wird uns da unten erwarten? Was für eine Gestalt, was für eine Präsenz. Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Tiefer und tiefer, immer tiefer. Und wir sind angekommen. Wo bin ich? Ariadne, wolltest du, mich hierher zu kommen? Ariadne, da hinten steht jemand in der Lampe. Jemand oder ist das eine Statue? Gehen wir einfach hin. Oh. Vielleicht, wenn ich die Laterne ausmache, aber bin das nicht ich? Was passiert, wenn, wenn ich sie ausmache? Soll ich sie ausmachen? Ich bin so sorry. Gehen wir einfach hin. Hallo? Dan, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, es ist wichtig. Oh, danke Gott, du bist gut. Was hast du? Das Doktor. Ich glaube, etwas Schmerz hat mit ihr. Sie wollte die Boxen nach einem Ort, die sie calleden, da. Das macht Sinn? Ich glaube, ich weiß, was sie bedeutet. Hör, es gibt kein Zeitpunkt, um zu verbrauchen. Geh raus. Ich nehme es von hier. Das war alles. Dafür ist die jetzt die ganze Nacht durch die Önanstatt geschlichen. Ariadne war richtig. Sie war richtig über alles. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Selbst wenn es in Tränen war, ist es wahr. Das ist ein Ort, der Präsenz. Ich weiß, was ich muss tun. Jetzt bin ich awake, ich muss... Ich muss... Ich muss die Musikboxen und finden ein Weg, um es dort zu holen. Ja. Ich habe das Riedel gemacht. Jetzt bin ich awake, ich kann... ...ein Ende dieses Horror, once und für alle. Jetzt bin ich awake, ich kann... Ich kann... ...awake... Oh, Mann. Das war es mit der Ärztin. Sie hat sich da... Huch. Finale. Dort. Okay. Noch eine Episode. Was hat mir geschaut? Was hat Ariadne nicht schiefst mich. Sie hat sich mit dieser Melodie... ... und hat sich so zu entwickeln... ... dass sie die Gefühle sehen können... ... dass sie die Gefühle sehen können. Aber es gab eine andere Weg. Die Verbindung zwischen unsere Realität... ... und der Schrecklichen Ort. Die Musik und ihre Erinnerung... ... zu ihren Ort. Ich war der einzige Person, der das tun konnte. Der einzige Person, der hörte die Melodie, und so weiter, lebte, um die Geschichte zu erzählen. Zeit war weg. Die Mansion war noch weit entfernt, und mein verletztes Auto hat den Moment gegeben, um die Zeit zu spüren. Alles scheint zu konspieren gegen mich, aber ich war nicht bereit. Es gab nicht viel Zeit, aber ich wusste, dass ich noch eine Chance hatte. Na, das hoffen wir doch. Die Zeit läuft davon. Wir sind zurück bei der Villa, da wo Adriane noch lebt. Die letzte Überlebende. Neben mir, die überhaupt die Spieluhr gehört hat. Finale. Dort. Aha. Das klingt doch eigentlich ganz schillig, ne? Wir finden die Box, bringen sie zu dem Platz. Alles ist wieder schick, keiner riecht sich auf. Ich kann Adriane von hier aus nicht sehen, und ich habe keine Aktivitäten im Haus bemerkt. Vielleicht ist Adriane auch bloß eher das Gefäß geworden für das Böse. Hallo? Hallo? Hm. Niemand da. Genau, geh einfach rein. Hier wurde eine arme alte Frau. Komm, wir gehen einfach rein. Ich muss sie finden und fragen sie über die Musikbox. Okay. Kleine Metalldosen und Ornamente, angelaufen und unansehnlich. Wir müssen sie finden und sie befragen. Ausweg, 28. September 1998. Autor Sophie Vandenent. Okay. Schön. Was? Es kann nicht sein. Es macht Sinn. Aha. Ein Klavier, höchstwahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Sophie, war das nicht die, die wir auch steuern konnten? Die Lampe ist von der Decke gefallen und hat alles zerschmetter, was darunter war. Es scheint, als dass es niemanden genug gestört hat, um das Chaos zu beseitigen. Gutes Zeichen, gutes Zeichen. Was ist das? Bevor ich anfange das Haus zu suchen, sollte ich Ariadne finden und sie nach der Spieluhr befragen. Na gut. Dann gehen wir hier rein. Lässt sich natürlich nicht öffnen, wer hätt's gedacht. Vielleicht ist die Ariadne auch schon tot. Hello? Wenn es hier jemals Vögel gab, dann muss das schon lange her sein. Alle schon tot, alle verhungert. Was haben wir hier? Ein altes Teeservice. Es hat praktisch seinen ganzen Glanz verloren. No. Ariadne. Oh! Das ist zielbar. Okay. Es wirkt, als wäre in diesem Haus die Zeit stehen geblieben. Elaine Legrand, Armsberg. Sie hält die Spür in der Hand, völlig ahnungslos, was die Zukunft für sie bereithält. Elaine. Ariadne's älterin. Was für eine senslosere Tragedie. Es war die, die von dem Vater totgeschlagen wurde, weil der dachte, das wäre ein Monster. Die Box. Die Musikbox, die ich dir gegeben habe. Ich brauche sie. Bitte, erzähl mir, wo es ist. Die Box. Es ist nach oben. Es ist nach oben. Danke. Okay. Dann wissen wir, wo wir hin müssen. Kann ich alles andere hier noch erkunden? Nö. Abgeschlossen. Sie will mir helfen. Sie will mir helfen. Aber sie tut es. Okay. Sie braucht keine Hilfe, aber wir brauchen Hilfe. Geschichtsbuch, das sowohl über die Familie Legrand als auch über das Herrenhaus Amsberg berichtet. Immer jung. Immer düster. Immer jung. Immer starb. Okay. Jawohl. Hier lässt sich überhaupt nichts öffnen. Was haben wir hier? Radio und zwei Steinbüßen. Wahrscheinlich Vorfahren der Familie. Kaputter Spiegel. Zerbauter Spiegel. Wahrscheinlich hat Argos Legrand das getan. Sie entkommen nie aus dem Schrank. Okay. Ich glaube nicht, dass Ariadne jemals aufgefordert wurde, sie zu brechen, wie alle anderen Opfer des Liedes. Okay. Dir doch voll einer an der Waffel. Okay. 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 Wir gehen nach oben. Wir müssen ihr Zimmer finden. Wo auch immer das ist. Bisher ist ja hier alles noch ganz... Die Karte ist irgendwo an diesem Boden. Okay. Karte nicht verfügbar. Ach, wie toll. In diesem Haus haben selbst die gemütlichsten Ecken und Winkel eine unheimliche Ausstrahlung. Aha. Alte Herrenhäuser meist so an sich. Wirkt alles immer sehr gruselig. Natürlich. Huh. Was war das? Ariadne und Alaynes Mutter. Natalia der Armsberg. Ich glaube, ich erinnere mich. Ach, die arme Frau. Die wurde ja auch von ihrem Mann totgeschlagen. Notizen eines kleinen Mädchens. Der Name Alayne erscheint mehrmals. Es ist so viel Staub auf dem Blättern, dass man ihre ursprüngliche Farbe kaum noch erkennen kann. Sie liegen wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten dort. Blätter. Laken soll es bestimmt heißen. Alayne Le Grand Armsberg mit Ariane im Arm. No. So eine schöne Bilder. War bestimmt mal eine total nette Familie. Hier. Neben dem Spiegel. Ach, gucke mal. Die verschlossene Tür. Ariadnes Zimmer. Da ist sie doch immer aufgewacht, da die Ärztin. Okay. Spieluhr. Jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir nur noch zu diesem Ort. Oh Gott. Wo bin ich? Hier wieder gelandet. Das große Tor. Die große Tür. Hier standen wir ja auch mit der Ärztin vor. Die das Licht von ihrem Spiegelbild selbst... Oh, was ist hier denn? Berenice Prischard. Soll ich klopfen? Berenice? Das ist doch die Ärztin. Klar. Klopf mal. Die müsste ja seit 80 Jahren jetzt hier gefangen sein. Bitte was? Ja. Du hast richtig gehört, da hat jemand geklopft. Berenice. Jetzt sind wir mit ihr wieder unterwegs? Okay. Gehen wir mal raus. Ihr Albtraum. Ich weiß nicht mehr, wer das war. über seine Träume. Okay. Da lebt also Ariadne drin. Er lügt also. Was mit ihm? Die Zeichnungen sind alle sehr ähnlich, ne? Die sind tatsächlich alle sehr, sehr ähnlich. Was haben wir hier? Alter, gar nicht creepy. Okay. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Gar keine Antwort. Auch nicht schlecht. Puh. Irgendwo anders. So, und ich glaube, die Tür hatten wir jetzt noch nicht, ne? Okay. Die Maschine spielt die Melodie in der Zelle ab und die ich auswähle. Ich muss sorgfältig auswählen. Ach Gott, muss ich die richtigen auch noch auswählen? Äh. Aber, aber... Die haben jetzt alle Nein gesagt. Hat ja nicht einer jetzt mit Ja bestätigt. Der Patient in der nächsten Zelle immer noch über Träumen... über ihren Traum gelogen hat. Also hat er davon geträumt. Sind die noch mehr? Nee. Weiter komme ich nicht. Okay. Die Patientin reagiert nicht. Das ist die Eins. Antwort war Nein. Da sind gar keine Zeichnungen. Da sind Zeichnungen. Zwei. Hier sind auch Zeichnungen. Zwei. Hier sind auch Zeichnungen. Bei ihr ja sowieso. Ich würde sagen eins und zwei. Eins können wir nicht einsehen und zwei sind keine Zeichnungen. So vom Logischen her. Eins und zwei. Sechs Probanden wird das Lied von Ariadne Spio vorgespielt. Das Experiment hat bereits begonnen, wobei vier dieser Probanden überraschende Effekte auftraten. Ariadne, die Kontrollpatienten, zeigte nach den anhören der Musik in ihrer Zelle keinerlei Veränderung. Und doch haben zwei der anderen Probanden in gegenüberliegenden Zellen begonnen, von einem Traum zu erzählen, in dem sie einen dunklen Ort mit einer Sonnenfinsternis sehen. Nur einer der beiden war der Melodie ausgesetzt gewesen. Es ist möglich, dass es sich bei den anderen Patienten um einen Fall von Suggestionen handelt, der durch die Erzählung der anderen Patienten ausgelegt wurde. Eine weite Beobachtung. Mehrere Versuchspersonen haben Kerzen in ihren Zellen aufgestellt, obwohl nicht alle von ihnen die Melodie gehört haben. Wir gehen davon aus, dass es möglich ist, dass sie einfach imitieren, was andere Patienten in gegenüberliegenden Zellen tun. Okay, aus irgendeinem Grund explodierten die Elektronenröhren im Soundsystem, die den Zellen spielen und sind nur noch drei übrig. Schnell wie möglich fortfahren, sie dürfen nicht entkommen. What the fuck? Ich kann doch eh bloß mal einen auswählen. Okay? Oh no, es kann nicht sein. Help me, bitte. Das war richtig! Okay, die Laternen müssen aus. Scheint richtig gewesen zu sein. Lass mich raten, sonst komme ich hier nicht weiter. Ich glaube, ich muss die Laternen ausschalten, um das Tor zu öffnen. Okay. Die Laternen. Können wir denn hier nochmal klopfen? Ich meine, das erste Rätsel war ja nun total billig. Der Laternen ist gerade ausgegangen. Ich sollte mit einer anderen Tür versuchen. Eine andere Tür? Wir sind andere Türen? Ah, hier drüben. Wen haben wir hier? Argus Legrand. Soll ich klopfen? Argus Legrand? Das ist nicht real. Ah, tatsächlich. Argus Legrands Albtraum. Der, der seine... Der, der seine Familie erschlagen hat mit nem Hammer. Und er hat den Hammer sogar. Okay. Hast du nicht irgendwie was, um Licht anzumachen? Nein. Da ist was. Und das Kind schreit und schreit. Wird das lauten? Das Kind überhaupt nicht mehr. Ihr seht besonders viel. Ich sehe... noch viel weniger. Oh nein! Hey! Okay, das wäre ich verkackt. Ich habe meine Chance vertan, noch einmal anzuklopfen. Wäre sinnlos? Ach du Scheiße. Äh... Okay. Ich tu mir leid. Also da wusste ich grad nicht, was sie von mir wollen. Isaac Färber. Guck mal eine an. Der Museumsbesitzer. Das war das zweite Kapitel. Das hat mir glatt am besten gefallen. War das der Färber? Ich glaube. Da hat mir die Tochter gespielt. Ich glaube ich hätte ihm Geschrei grad hinterherlaufen sollen, aber... war nicht zu lokalisieren. So leid es mir tut. Hä? Was zum Teufel? Oh! Ich kann mich hier überall aufhängen. Aber... was davon soll ich nehmen? Ich muss diesen Altraum entkommen. Es muss uns alle aus diesem Wahnsinn herausfinden. Kostet es, was es wolle. Kann ich dich benutzen? Oh, kann ich dich weglegen? Holy shit! Oh! Okay. Das hilft mir sehr. Das hilft mir sehr. Ich guck erstmal, ob hier noch irgendwo ein Hinweis ist. Ich vermute mal, dass wir... Oh Gott, hier ist auch eine Kamera. Ich vermute mal, dass wir einfach die Leichen... Dass wir die Leichen hier herunter holen müssen. Direkt vor ihm. Das müsste ja dann der hier sein, ne? War richtig? Okay, er bleibt da auch hängen. Hä? Ach, das wird resetet dann, oder was? Ah! Muss ich das nochmal machen? Okay, das war richtig. Gehe ich jetzt einfach von aus? Ich weiß es nicht. Scheiße, ich sehe es ja auch noch eine Kamera. Äh! Okay, okay, das wird... Das wird ja total lustig. Genau in der Mitte. Muss ich nochmal gucken. 1, 2... Das müsste der da sein. Das müsste genau der hier sein. Ne, rauf stellen solltest du dich da vielleicht nicht? Ja... Okay, okay, okay. Das war logisch. Wo warst du denn jetzt? Okay. Ihr habt bestimmt gleich den gleichen Gedanken wie ich. Einmal hier. Genau. So. Dann hier. Zwei von da. Einer hier. Und der letzte war jetzt hier, ne? Oder scheiße, war das der daneben? Nein! Das war falsch! Das war der hier. Haben wir es? Wir haben es. Tatsächlich. Was machen wir nur mit dem anderen? Ich darf da ja nicht mehr rein. Ich muss das doch nochmal machen können hier. Ich habe meine Chance vertan. Der ist schlecht. Okay, ich muss die Laternen ausschalten. Ich hoffe dann mal, dass hier noch irgendwo eine Tür ist. Da war die eine. Ah, hier ist tatsächlich nur eine. P.Hascher. Klar. Hen Hascher. Mit Hen Hascher hat das Ganze ja begonnen. Das dürfe jetzt nicht verkacken. Special P.Hascher. Das war ja der, der uns die Spieluhr damals auch geschickt hat. Bobby? Nein. Nein. Entschuldigung. So. Was zum Teufel ist das denn hier ein Kino? Sieht aus wie so ein altes Kino, ne? Sieht ja sehr interessant aus. Okay. Was haben wir hier? Geschichte meiner Familie von allen, die in diesem Haus wohnten. Ach du Scheiße. Ich soll mich jetzt aber nicht an die Namen erinnern, oder? Hä? Alkohol? Die Bibel? Selbstmord. Masha hat keinen Ausweg gefunden. Allein in ihrem Zimmer lauert die Dunkelheit über ihr. Wo hat sie Zuflucht gesucht? Ich habe keine Ahnung. Bibel glaube ich nicht. Die Bibel? Masha. Wer war denn Masha? Bibel haben wir... Ich weiß es nicht, kein Plan. Probier es mal. Ja. Das andere Alkohol und Selbstmord, das passt nicht. Das wäre... so krass. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wird Mama gerufen? Angerufen. Angerufen, achso. So, was steht da? Weggegangen. Hineingegangen. Julia fand die... Julia fand die unmögliche Tür wieder, aber sie war nur ein Spalt geöffnet. Sie ist bestimmt hineingegangen, ne? Würde wohl nicht ihre Mutter angeboten haben. Ich weiß es nicht, kein Plan. Ich rate es auch bloß. Okay. Okay. Ah. Catherine und Saul waren im Schlafzimmer eingeschossen, als sich plötzlich die Tür öffnet. Was hat sie getan? Schere? Baseballschläger? Was? Saul? Was ist denn Saul? Kein Plan. Ich möchte mir das... Ach, das war das Kind. So starb sie mit ihm. Ich kann mich sogar daran erinnern, da durften wir immer nicht rein in den Raum. Was hat sie getan? Geflohen? Einander umarmt. So sind sie dann nämlich gestorben. Dann haben sie sich geglaubt. Und sie sagten den letzten Glückwunsch. Bevor die Schmerzen sie aufgelöst. Was ist jetzt richtig? Ich glaub schon. Cool. So, du schreckliches Etwas, was auch immer da drin lauert. Es ist Daniel-Zeit. Es ist Daniel-Zeit. Und los geht's. Ich lass mal die Cam aus. Dann könnt ihr das hier besser genießen. Dieser Ort. Wo immer Sonnenfinsternis ist, wo niemals das Licht selbst hinkommt. Da muss die Spieluhr zurück. Okay. So Daniel. Und weder ist das jetzt der Anfang oder das Ende. Ich will niemals. Was ist das? Oh Gott. Last. I did it. I fucking did it. I fucking did it. Hin zum Ort und wieder zurück. Wir haben die Spieluhr tatsächlich weggebracht, meine Freunde. Das überrascht mich nicht. Wir haben es geschafft. Doch was heißt das? Was heißt das jetzt? Sind wir diesen Albtraum endlich los? Ihr habt es gerade gesehen. Es wirkte so. Es wirkte tatsächlich so, als ob der Herr der Toten regelrecht. Das waren bestimmt die ganzen Seen, die dieses Spieluhr über die Jahre da gefangen hat. Oder das Böse. Ich gehe nochmal zu der Adriande. Oder wie die hieß? Ariadne. Lässt sich nicht öffnen. Verdammt, wo war die jetzt? Die saß doch hier irgendwo. Ariadne. Was war das hier? Kann die Tür nicht öffnen? Verdammt, wo war das? Was ist das? Argus Leghorn mit seiner ältesten Tochter Elaine. No. Die Armen, die Armen. Alle für immer gefangen in dieser Dunkelheit. So, da kamen wir nicht weiter. War das hier links? Oder sind jetzt alle Türen zu? Ah ne, die geht. Ah ja, genau hier war es. Ariadne. Huch! Huch! Alles wird okay, Frau LeGrant. Ah. Und diese Song wird niemals in dieser Welt wieder spielen. Oh. Ach Daniel, du müsstest doch wissen, dass man nicht einschlafen sollte. Die Spieluhr. Oh. Oh. Manet likes this song. Oh man. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Protokoll Games. Die Entwickler. Jetzt sehen wir ihn jetzt. Hallo? Daniel. Ist das du? Sophie? Sophie? Help me, please. Help somebody. Help me, please. Help. Let me out. Help. Song of Horror. Oh, wie krass. Meine Freunde. Der Daniel selbst wurde jetzt zum Horror. Der Daniel selbst ist jetzt zu dieser schwarzen großen Masse geworden. Ich habe es gerade gesehen, diese Türen, die mal aufgedrückt worden sind von irgendwelchen Seelen, von irgendwelchen Monstern. Da war der Daniel jetzt sogar mit drin. Und die es gerade zugedrückt hat, das sah aber aus wie die Ärztin 1920. Also die scheinen für immer, für immer gefangen zu sein, alle, die dadurch gestorben sind. Und dadurch, dass die Ariadne von klein auf damit aufgewachsen ist, ist sie halt das perfekte, das perfekte Sprachrohr von dem Bösen. Und auch wenn Daniel die Spieluhr weggebracht hat, sie hat sie einfach zurückgeholt. Oder das Monster hatte sie einfach gegeben. Weil für sie war das nichts Besonderes. Für sie war das Monster wahrscheinlich sogar ihre Familie. Der Daniel hatte keine Chance. Er hätte Ariadne theoretisch töten müssen. Er hätte die Spieluhr zurückgeben müssen. Er hätte das ganze Haus abbrennen müssen. Und vielleicht dann. Vielleicht hätte er eine Chance gehabt. Kein Happy End. Wirklich kein Happy End. Ich glaube auch nicht, dass man da eins spielen kann. Das soll jetzt einfach so sein. Und ja, von manch Ding sollte man vielleicht die Finger lassen. Und unser Daniel, egal wie sehr er sich jetzt hier angestrengt hat, hat sein Leben jetzt doch wieder verloren. Und die Musik, meine Freunde, die Musik. Oder das Lied des Todes. Holt jeden irgendwann. A loving memory of Emilio Garcia de la Villa Ibanez, Angeles Garcia Madrid. Okay? Unreal Engine. War ein cooles Spiel. Absolut. Hat mir gefallen. War jetzt nicht der Überflieger. Hat mir aber besser gefallen zum Beispiel als Blair Witch. Was grafisch natürlich deutlich geiler war. Aber von der Story her so lame und langweilig. Die Story war hier echt fesselnd. Die Rätsel waren dämlich. Die hätten nicht so schwer sein müssen. Das hätten sie deutlich besser machen können. Oder einfacher machen können für Leute wie ich, die nicht sowas vielleicht um 30.000 Ecken denken. Oder stundenlang da rumprobieren wollen. Für andere, die da ewig rumrätseln wollen. Und sich auch Notizen machen und so weiter und so fort. Bestimmt nicht schlecht. Aber ich glaube, es hätte noch bessere Bewertungen bekommen, wenn die Rätsel nicht so abartig schwer waren. Das eine Rätsel mit dem Klavier, das ging noch mit den Klaviertasten jetzt in der Episode. Das allererste Rätsel, was wir hier hatten. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Mit diesem Bild. Dreimal die Brille, sechs weiße Kittel und eine schwarze Kittel und dann die richtige Reihenfolge. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und das haben viele auch kritisiert bei Song of Horror. Leider. Aber darum geht es hier nicht. Ihr lasst das jetzt wirken auf euch. Ich hoffe mal, ihr habt alles gesehen. Ich habe eine große Playlist gemacht mit allen Episoden. Wenn ihr jetzt in das Finale guckt habt, guckt ruhig mal die älteren Episoden. Alles sehr, sehr interessant, wie das sich so aufgebaut hat. Ich hätte es den Daniel gewünscht, dass er jetzt überlebt oder dass wenigstens in Zukunft niemand mehr von dem Lied des Todes erwischt wird. Aber gleichzeitig bedeutet das für uns auch, wir haben ein relativ offenes Ende. Es gibt genug Leute, die Daniel noch suchen. Er hat ja am Ende dann noch geschrien. Julia, glaube ich. Julia. Eventuell Song of Horror Teil 2. Dass wir Daniel suchen. Mit Julia. Oder wie es auch immer sie hieß. Dass jemand Neues auf die Suche geht und versucht, das Ganze jetzt zu ergründen. Wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Der Daniel ruhe in Frieden. Auf dass er nicht zu sehr leidet in seiner kleinen Hölle. Läuft wenigstens. Schöne Musik den ganzen Tag. Und jetzt versucht er immer durch die Türen zu. Durch die Türen zu sich zu drücken und andere zu erschrecken. Und so werden es auf Dauer immer mehr. Oh Mann. Okay. Das war unser Song of Horror Projekt. Damit offiziell abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden nicht vergessen. Fleißig kommentieren. Ihr könnt gerne mal dazuschreiben, was ihr jetzt haltet von Song of Horror. Hättet ihr es selber gespielt? Wollt ihr es selber noch kaufen? Habt ihr es euch vielleicht sogar gekauft? Eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Im hoffentlich nächsten Horror-Let's Play. Last of Us 2 kommt jetzt raus. Wird die Tage irgendwann von mir auch released. Kam vielleicht sogar schon die erste Folge. Und sonst gibt es ja dutzende andere Horrorspiele, die wir noch genießen können. Haut rein.